In einer Neu-Inszenierung in der Sendung seiner Zeit folgende Darsteller. Erwin Strahl, Markus Strahl, Leila Strahl, Ossi Kollmann, Gunter Philipp und Waltraud Strahl. Wir sind noch da, doch nicht mehr lang, hier ist nichts zu verdienen. Der Rösselwirtin wird ganz bang, kein Gast ist mehr zu bedienen. Wo sind denn alle Herrschaften? Sie ist zum Weinen. Keine Fremden kommen mehr nach Österreich. Wir gehen, gehen. Wo sind denn alle Herrschaften? Ich sehe keinen lieben Piefke, weder arm noch reich. Es dringt kein D-Max-Schein ins Portemonnaie hinein und nicht ein Schöningsschmattes, den ich so gern hätte. Doch glücklich und zufrieden sein kann man nicht mit Liebe allein. Wo sind denn alle Herrschaften? Was machen wir jetzt? Kommens, Leopold, gehen Sie in Pension. Gehen Sie in Pension! Keine Idee. Ich bleibe hier. So einen Rat verbitt ich mir. Ich bin ein Urfling und fleißig. Wir fern die Gäste, das finde ich schleißig. Es ist ein Grau, ein leeres Haus. Falls haben wir stehen, dann wird das hier. Ein deutscher Einkaufs-Supermann. Leopold, wir gehen an. Wir gehen an. Hat doch nicht Hitz, wo die Schäfin Geburtstag hat. Leopold, wir müssen Städte gehen. Ja, was doch nicht, Olle. Also gut, wir bleiben. Aber, 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 meine Herrschaften, ich bin verheiratet. Einunddreißig Jahre sind eine lange Zeit. Wir bleiben. Zuschauen kann ich nicht. Zuschauen mag ich nicht. Wenn ich nicht selber bin dabei. Na, was? Riecht mir das Herz ein Zweig. An den Kindern merkt man erst, wie man euch will. Kommt und renn'n, schickt es dich schon in Pension. Aber, Papa Leopold, auch wann das Herz bricht, ich bin schon längst verheiratet mit deinem Sohn. Die ganze Welt ist himmelblau. Die ganze Welt ist himmelblau. So, meine Bestes ist meine Frau. Ja, es ist ein Gefreit, wie die Zeit vergeht. Wenn's nicht aufpasst, ich soll es vorüber. Ein Blick nur in dein Angesicht zeigt uns, Kosmetik nützt ihr nicht. Und die Pferden hoch, von die Nähe, schau, ganz grau, so grau. Was kann der Siegismund dafür, dass er so äut ist? Was kann der Siegismund dafür, dass man ihn schiebt? Die Jungen tun, als wenn das Äutsein ein Vergehen wär. Die sind doch froh, dass es den alten Siege gibt. Der hat gleich Regeln, denn wir zahlen die Pensionen. Und davon haben wir schön langsam weit genug. Schreit's nicht so laut, ihr wisst, ich muss mich wirklich schonen. Das weiße Rüssel ist jetzt ein Seniorenclub. Aber meine Herrschaften, wer wird denn streiten? Mit der Ruhe kommt man noch einmal so weit. Wir zahlen, zahlen. Schauen Sie, meine Herrschaften, Ich bin halt schimpfig. Ich find euch schrecklich kindisch. Tut mir wirklich leid. Schaut in mein Angesicht. Perfekt, kein Freuden nicht. Und meine Augen sind vom Lachen hüppelblau. Und glücklich und zufrieden sein kann man nur mit Lieb allein. Nur so geht's, meine Herrschaften. Ganz genau. Der Kaiser! Der Kaiser! Na, Servus, das ist auch nicht mehr der Jüngste. Es ist einmal im Leben so Und allen geht es eben so Wenn einem das Leben am besten fällt Wird man alt Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollt Ich hab heute schon schwaches Hirn Da drin in meiner Kaiserbirne Ich weiß nicht, wem die dorten kehrt Ich bin gestört Ah, jetzt fällt's mir endlich ein Die muss für die Hase sein Die Schrat hat mich zum Zauner geschickt Die hat dir die Gesucken gestrickt Ein kleines Flascherl Franzbrandwein Und Hustentropfen oben der Lein Jetzt ist es schon im Sommer kalt Wir werden alt Majestät, gehen Sie machen Sie uns nicht traurig halt Wir haben eine Riesenfreude Und sind sehr froh Weil wir feiern schließlich ein Geburtstag heils Von unserer Chefin Und wissen Sie auch wo? Vor der Tür Vor der Tür So weh Schon weh Denn dein Herz, das hast du verloren Im weißen Ölstel anstehen Ja, ja, anstehen Ja, meine Damen und Herren, das war wieder einmal ein seinerzeit Spezial Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich hoffe, Sie sind das nächste Mal auch wieder dabei Und wenn Sie Anfragen haben, Sie wissen ja, echte Anfragen Dann bitte schreiben Sie uns doch Die Adresse kennen Sie wahrscheinlich 1136 Wien ORF Kennwort seinerzeit Also danke fürs Zuschauen Und ich hoffe auf Sie ganz bestimmt das nächste Mal Ja, also jetzt, Hasi, bitte, du musst das ausblasen Ich bin schon da Und die Torte aufschauen Ja, also Moment Eins, zwei, drei Nicht ganz, aber fast Na ja, also immerhin Also bitte kommt doch alle her Schau, bitte Jetzt hören wir das Majestät Ja, okay Das war vielleicht klar Das ist ein 70er, muss ich auch sagen Also haben wir einen Kölner, um etwas zu bekommen Ein Young Habt ihr alle etwas zu bekommen? Nein Noch nicht? Danke 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 Danke